Oh, wie sehr ich doch zu stellen, die hast du, Alter. Komm, 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 komm. Jawoll, beim zweiten Anlaufsfall erst geschafft, aber ich hab's nicht schafft. Ach, wie sehr ich ihn hasse dafür. Du wirst erst neu freigeschaltet, Turbo, Stufe 1, Profi. Der Canyon verlangt dein ganzes Können. Fordert dich ein Boss heraus, musst du hier gegen ihn antreten. Im ersten Lauf fährt der Boss vor. Setz ihn unter Druck, sei aggressiv und bleib die ganze Zeit dicht hinter ihm. Je näher du dranbleibst, desto besser. Nach dem Rennen fahrt ihr dieselbe Strecke nochmal, aber dieses Mal wirst du verfolgt. Ist der Boss der bessere Verfolger, hast du verloren. Ach ja, wird einer der Wagen überholt oder stürzt die Klippe runter, ist das Rennen zu Ende. Du kannst ein Canyon-Duell nur gewinnen, wenn du es bis zum Ende der Strecke schaffst. Na dann, mach's mal probieren. Es ist deine letzte Chance, das zu kapieren und zu verschwinden. Warum? Du hast auch schon in der Stadt verloren. Ja. Ach, hier wird Honig. Ohne Need-Tun gefahren. Ohne Need-Tun gefahren. Noch näher rankommen, noch näher rankommen. Oh, scheiße. Ich dachte, es geht hier rechts rum. Alter, scheiße. Ich dachte, ernsthaft, da geht's rechts rum. Alter, so ein Pissdreck. Ich kann auch nicht Mumbai nicht auf. Ah, scheiße. Ich weiß nicht ob das gut war. 111.000 Punkte? Das verfolgt er nicht. Ach, scheiße. Oh, diese Kamera. Die kann mich ja noch entwarten. Oh, wie dichter dranbleiben kann er so gloppig. Das war ja mal eine Stelle, bevor ich dagegen gefahren bin. Genau, diesmal ist mir das auch fast schon wieder passiert. Oh, das ist auch unglaublich, wie der da dranbleiben kann an dem Wagen, Alter. Das ist echt abnormal. Scheiße, 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 scheiße. Nein, jetzt tut er nicht dran. Scheiße. Verdammt, Darkseide. So knapp vorm Ziel. Das gibt's doch nicht, Mann. Oh, ich war so knapp dran, ohne Scheiß, Alter. Nein, ich muss jetzt immer noch mal alles neu starten. Oof. 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 Ich glaube, ich habe jetzt schon mal ein paar mehr Punkte als letztes Mal. Ein paar Punkte noch, ein paar Punkte wenigstens noch 136.000, okay, gut. Das kostet mir so ein bisschen an, dass ich das hier so verloren habe. Die Karte hat sich aus, was ich nicht möchte. Das ist ein paar Punkte, die ich mir zu Hause mache. Ich glaube, es ist ein paar Punkte. Klar, doch, dass ich mich nicht mehr so verabschiede. Die Karte hat mich nicht mehr so, wie ich mich nicht mehr so verabschiede. So, okay, bis jetzt ist er noch auf dem Abschnack, der okay ist. So, okay. 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 Alter, wenn man nicht fährt, braucht man ein bisschen Lichter.